Wir müssen mir auch gleich den komischen Typen finden. Ich hoffe, wir finden ihn bevor er uns findet. Alter, mach mir keine Angst, du Arschloch. Wollen wir mal schießen, damit er weiß, wo wir sind? 300 Meter. Was sind Sie auch mal Pi. Ich höre das wieder. Wie wenn er an Bäume fällt, ne? Ja. Ja, sonst ist es wieder normal. Bitte laufen nicht mehr. Was ist das? Was? Nein. Ja, ist ja gerade ein bisschen komisch. Okay. Lass dich schocken. Stopp. Vor uns. Oh, Mango. Oh ja. Wir brauchen Mango. Wir brauchen das im G. Komm her. Ich sehe nichts, Mann. Oh, ich... Linke kommt da unten. Okay, ich habe noch zwei Schuss. Reload. Ich sehe gerade nichts mehr. 200 Meter. Wer ist denn da vorne links? Nichts, okay. 51 Schuss habe ich noch. Soll ich wechseln? Wechsel. Wir bleiben stehen warten. Siehst, ich sehe sonst nichts, aber... Aber jetzt ist das Kleine wieder ganz gut aus. 200 Meter noch. Geht's wieder, Mango? Ja. Ja, ja. Schon. Dann, Klaus, ein bisschen langsamer. Das finde ich so schnell. Okay, ich sehe was. Sieht nach... Was ist ein Friedhof? Ne, ne, das ist... Ja, okay, aber das... Dahinter ist das Haus, von dem ich vorgelesen habe, ne? Wir müssen jetzt nicht das Haus stürmen, oder? Ganz links ist auch irgendwas. Sieht nach... Ja. Sieht nach einem Friedhof aus. Ja. Und dahinter ist das Haus, ne? Oder? Ja. Sieht zumindest aus, wenn ich so richtig darf. Gucken wir mal. Hat irgendwer Bewegung gespottet? Nein. Ich hab nur Scheiße in meiner Hose gespottet. Bleib mal stehen. Da ist ein Haus. An der Hausmann steht... Tut er im Mord... Ich hab irgendwas gehört, ich hab irgendwas gehört. Ich hab durchgeatmet. Aber guck mal, weiter, ja. An der Hausmann steht... To the mortal memory of these who died in pointless war. Okay, ja. Aber sonst sich... Nix. Okay, wir gehen weiter. Ich bin, dass du hängst irgendwo drin. Ah, ich bin im Baum festgehandelt. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt wieder langsam. Die restlichen Meter. Nee, ich werde jetzt... Ich werde weiter laufen. Stopp. Licht links. Grünes. 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 Guck mal ins Haus rein. Nee ne... Warte mal, ich... Geh mal hier zum Licht. Könnt ihr mich decken? Ja. Im Haus ist rotes Licht. Ich hab die Kamera. Oh man... Lisa Taylor skinned alive. Ok. ich mache rechts die tür auf ja nicht halt drauf ich trägt eine schreppe um klaus klaus warte ich werfe eine granate oben rein nein vielleicht vielleicht ist was leben was wir nicht töten dürfen deswegen lädt er nach oh man ab die tür von hinten draußen bewegt sich nicht seit er hoch ich mache jetzt auf niklas der hat das gefilmt wer ist das das ist er oder check mal die leiche man guck sie an hier oben das ist geistes gestört man lecker 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 hier liegt eine kamera ich dachte was sind das hier für sardinen ach du scheiße ich bin raus ohne mich ich kann es langsam nicht mehr ich häng ich häng ich häng ich häng ich häng fest ja bin da bin da alles gut das geht gleich wieder weg schon da sind fb ja muss wanted gecleared gut jungs letzter point dann noch dann haben wir es ich werde das hören hör auf mir das guck runter hast du die tür geöffnet ja ich hab die tür geöffnet ich wollte raus gucken ich mach sie wieder zu mann nein lass sie aufm lass sie aufm lass sie aufm oh man hast du sein inventory gecheckt ist es nicht ich guck da nicht rein ich hab sein inventory nur ne pistols ich geh vor sieht clear aus ich geh unten noch rein ich mach die tür nicht auf zu eng zu spät raus hier ich geh auf die map kurz hier drin hier drin ist hab ich mehr Platz also safer mach dir raus dreamcatcher wir könnten auf der straße hier durch gehen ich weiß nicht ist das wasser warten wir vielleicht über die lass uns auf die straße gehen und dann die straße folgen und dann rüber einfach der straße erstmal weiter einfach der straße ich mach uns mal ein check ich hab uns ein point gemacht ich kann ihn aber nicht sehen ja aber ich kann ihn sehen komm mal mit wir hätten da follow me ich glaube ich hab ein handweg safe weg 70 meter wir haben wir gesehen was wir haben wir gesehen aber das weg safe ist das ist safe man da haben wir nämlich keine bau mehr da ist ein durchgang guck oder halt nicht mehr so schnell ja ok ich muss auch ja ja kein ding weil dann haben wir nämlich ähm freie sicht weißt du guck hier ist ein durchkommen ist das was rotes ich glaube das ist ähm ich hab's mir auch schon bei ein paar bäumchen gedacht ehrlich gesagt weil das sind immer nur mit den Blumen hört ihr das? also Wind also Wind alles gut oh alter kurz was trinken Leute was? ich hab gesagt ich muss kurz was trinken ach so hab ich gehört äh hört ihr das? was das da ist nicht der Wind ne? ja nix aber guck guck das beste Weg hier guck da sehen wir alles ja ähm ich werde mit euch hier wenn gleich ganz viele zombies kommen ja aber hier 200 meter dann sind wir schon auf der Straße ich seh halt nichts ne guck bleib einfach hinter mir mal ok bei der rechte Front wenn nicht immer ich mach immer so Pausen dazwischen ne ja ich kann sowieso nicht mehr jetzt schon da vorne steht was da vorne steht was ja nein nein da vorne steht viel ich korke ich aber bleib mal stehen ich schieße da drauf ich kann aber nix sehen auf der Entfernung das ist zu weit weg da brauchen wir zu viel Munition stopp ok ok die kommen schon die kommen schon ich hab die angelangt wir müssen uns mal in einer Reihe aufstellen in einer Reihe ja rechts fck das sind die schnellen Niklas oh er will nicht auf uns los Niklas laumen Niklas laumen rückzug 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 nachladen Klaus steh auf steh auf steh auf steh auf steh auf ich bin schnell zu Niklas ich bin schnell hinter ich bin schnell weg er sagt mir mehr bist du verblutet naja mich komplett umgehauen vor uns, vor uns, vor uns vor uns, vor uns ich glaube ich habe nie das auch noch einen Streiftreffer gegeben also sehen ja mach weiter was? was? hörst du das? ja ich hör das ich seh es nicht, doch ich seh es die Richtung wo ich guck chill 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 ich mach das im einzelnen Schuss guck nach hinten guck nach hinten 6 Schuss ich gebe das Magazin im Boden ready? weiter gehts mate wir werden dich rächen mich nicht ich hab dich nie ich hab dich nie geliebt was? damals wo du mit meiner Freundin geschlafen hast das werde ich dir nie verzeihen das war gar nicht so wie du denkst es war ganz anders ich kann jetzt nicht mehr laufen sind wir an der Straße? ja wir folgen der Straße uns auch ja kann nicht mehr ich bin hinter dir ähm gib du halt Tempo vor gib du halt Tempo vor ja dachte ich gerade aber weißt du das? ja ist nichts das ist ja nicht das ist Die Musik ist mir zu episch gerade. Oh ja. 300 Meter müssen wir rechts. Ich will nicht mehr, man. Das habe ich aber jetzt gehört. So ein paar Baumklopfen wieder. Oh man, das ist doch enger, als ich gedacht habe hier. Ja. Wie viel Schuss noch? 85 bis 400. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, ich bin richtig low, girl, auf Ammo. Ich habe auch mit 15er Magazin nachgeladen schon. Warte mal, stopp mal. Ich check einmal kurz. Ja. 30 Schuss, 80 Schuss, 10 Schuss, 50 Schuss. Okay, ich schieße. Stopp. Ich dachte, ich hätte was. Nee, okay. Oh, Alter. Niklas. Du hast doch... Fick dich. Unglaublich, wie schnell die auch sind, ne? Das hat Niklas gerippt. Hier mal kurz stopp, Mongo. Also hier vorne, wo ich jetzt gleich stehen bleibe. Niklas. Das ist ein Niklas. Direkt channel. So ein Mikrofon spielt drum. Ich glaube, die sind da dran. Oh, warte mal. Oh ja, okay. Bestimmt schon. Das Tempo ist ein zu schnelles Sache. Passt, passt, passt. Aber ich lauhe ich lieber aus. Die nächste Station ist Amo. Auffüllen. Zumindest... So der Plan. Was? Denkst du das? Ja. Ich hoffe es. Stopp. 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 Was ist das? Es ist aber kein Gegner oder so. Bis jetzt noch nicht. Okay, alles clear. Scheißt dich in die Hose, weil wir ihnen schon... Weil wir ihnen auf den Fersen sind. Hm. Hier müsste eine Straße hochgehen, ja. Perfekt. Stopp mal. Okay. Gut, gut, gut. Ich hab dich. Ich hab dich. 350 Meter bis zum Lootpunkt. Sollten wir ohne große Probleme passieren, hoffentlich. Das ist unser Dreamcatcher Spirit, ne? Also nicht erschrecken, Mango, wenn dann wieder so weißes Licht kommt, ja? Nicht schießen, mach ich damit. Ich schießt nochmal rotes Licht. Ich hab ja nicht mal geschossen. Der Spacken hat mich übernommen. Ja, richtig. Blaues Licht. Das tut es. Das leuchtet blau. Das ist unseres, Mann. Ich hoffe es. Ja, geh mal vor, ne? Jo. Darf ich jetzt hier stehen? Aua. Arm yourself, white warrior. Wieso? Ich bin aber schwarz. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Rechts drinnen. Ich sehe nix. Ich sehe gar nix. Ich sehe gar nix. Umwald, rechts drinnen. Komm raus, komm raus. Es sind schnelle. Es sind... Nein, nein, krab. Ja, aber es sind auch nicht langsam. Klaus, links von dir. Lauf, zurück. Okay, nach vor. Ja, okay. Okay, safe. Ich... Ich reame mich. Okay, ich bin fertig. Entscheide castle, unknown activity, oh, Mann. Okay, wir gehen aber die Straße entlang, oder? Und crossen dann erst rein, wenn es... wenn es sein muss, oder? Ja, ja, ja. Moment. Ja, dann laufen wir los, ne? Sind wir fertig? Ja, ich habe ein bisschen was hinterlassen. Wir müssen uns wiederfinden. Ja, gut. Rot, rot, krümelisch, weiter hier. So viel Ammo habe ich gar nicht mit. In 200 Metern müssen wir in den Wald rein. Wir müssen. Geh zurück, geh zurück. Rückzück zu ihm. Ah, die kommen nicht. Wir müssen. Warte, warte, warte. Okay, können. Könnte ich auch von dem Geburt laufen, danke? Das ist, weil wir so nahe dran sind, denke ich mal. Ich sehe nämlich nichts. Warte, Mann, du. Ah, doch, ich sehe was. Nichts. Die kommen. Schneller. 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 Alle down. Acht Schuss. Na, gib es weg. Das Magazin. Leg es am Boden. Sonst nicht, dass es unabsichtlich acht Schuss nachlädst. So. Hast du? Nice. Ja, ja. Warum liegt hier ein Baum? Ah, nein, es ist Büsche. Stopp. Ich sehe was. Ich gebe ihm Headshot. Nein, ich sehe was. Rechts. Ja, rechts mache ich. Ich muss kurz mal den Kopfhörer wechseln. Einmal. Okay. Dort nicht zu laut. Geh, gehen wir da. Ups. 120 Meter. Wollt nicht springen. Dann nach links. Ich sehe nix. Noch nicht. Alles gut, weiter. 80 Meter. Stopp. Ich sehe die. Ich sehe die Burg. 180 Meter. Auf geht's. Ja, komm mal. Eigentlich halbwegs Clear Division hier. Lass hier reingehen. Ja. Ja, da schwebt schon wieder einer. Da schwebt. Da ist noch mehr. Da dreht sich irgendwas, ne? Alles, warte, 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 warte. Okay, komm, warte. Hm. Hm. Unknown Contact. 100 Meter front. Unknown Contact. 100 Meter front. Really? Ich sehe nix. Unknown Contact. 100 Meter front. Siehst du Bewegung? Ja, na ahnung. Du spammst grad voll. Ich hab mal nachgeladen. 100 Schuss sind besser als 50. Ich lade auch nochmal kurz nach 100. Ich hab 70 zwar, aber 100 sind besser. Ich hab, ich sehe den Contact nicht, Digga. Ich sehe die. Ja, das Ding, was wahrscheinlich in den Flamm steht, mal wieder. Drei Stück? Ich rück jetzt langsam vor. Ja. Hm. Vielleicht die Statue? Ja. Lass uns vorkommen. Ja, das ist wieder eher in den Flammen. Ich sehe nix, 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 nix. Er ist wieder weg, er ist wieder weg. Ist er weg? Oder ist er alt? Nein, er ist weg. Schau mich rum, ich gucke vor. Letzter Ritual, warte. Ich bin am Felsen oben. Ich hab guten Blick. Wir haben es gefunden, das eine Ding, ne? Stopp, Mango, vor dir. Nix. Geh, geh zurück. Hinter uns ist gerade nix, sehe ich noch nix. Fack, 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 drehen wir. Da, der Hanno, kacke. Mango, wo ich hinschieße, kommen noch zwei, aber... Hinter dir nix, hinter uns nix. Ich lade direkt nach. Oh, fack, jetzt kommt er, glaube ich. Bleib bei mir, ich hab am Felsen immer einen guten Blick. Wieso ist so ein zweites Feuer? Das war vorher schon. Fertig? Vor mir. Wackelt vor mir genau, ne? Kommt da noch immer was? Ja, ich sehe nix. Bei den Statuen. Ich kann nix sehen. Alles gut, ich hab ihn, ich hab ihn. Hinter dir. Nachladen. Ich bin angehittet. Hinter mir, 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 hinter mir. Ich bin dauernd, ich bin dauernd. Ich hab direkt Reload. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Ich muss nachladen. Ich bin dauernd. Ich trau mich nicht ins Feuer gehen, ne? man magst dass ich direkt down bin haben wir noch überhaupt eine task eigentlich schon was denn naja wir haben das eine ding gefunden hat durchgemacht vom map also nicht aktiviert fertig one item und wir haben es eigentlich lasse zeit lasse zeit das ist ein nazi-zombie pass auf nicht nicht ins feier gehen ins karten kreis von beiden scroll mal auch ein bisschen falls wir irgendwas übersehen haben hier nein wir werden abgeholt heli wo ich höre ihn nur ich sehe ihn oben rechts naja pass auf noch ne ja ich pass auf es ist ein kleiner holi wetten das ist er er will uns jetzt töten wir haben ihn schon erschossen haben wir ich habe ihn erschossen waren das sind ach so den geisteskranken meine ich ich gehe zum heli wir bringen uns hier raus so schnell wie möglich man rein 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 ebenen und es gerade ein wir wir Vielen Dank.